Heute feiern wir ein Wunder. Wir feiern es jedes Jahr, so wichtig ist es. Der Schein des Osterfeuers trägt mit der Osterkerze das Licht in die Kirche. Und dann wird es hell. Ostern, das Wunder der Auferstehung. Und wir singen, Christ ist erstanden. Im Predigtext lesen wir von einem anderen Wunder und wir hören ein anderes Loblied. Mein Herz ist voller Freude über den Herrn. Der Herr hat mich wieder stark gemacht. Mein Mund lacht über meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Auch unser Predigtext, der strotzt nur so von Gottvertrauen. Das, was wir gerade gehört haben, ist das sogenannte Loblied der Hannah. Sie hat lange vor dem Osterwunder gelebt. Hannah konnte keine Kinder bekommen. Darunter hat sie sehr gelitten. Vor allem, weil ihre kinderreichen Schwestern sie deswegen aufs Gemeinste verspotteten. Andere hätten aufgegeben. Hannah nicht. Hannah versucht alles. Sie reist sogar zum Tempel nach Jerusalem und betet da so intensiv zu Gott, dass der Priester denkt, sie ist betrunken und führt Selbstgespräche. Auch um sie loszuwerden, verspricht er Hannah, auch für sie zu beten und dass Gott ihre Gebete erhören wird. Und tatsächlich? Hannah wird schwanger und bekommt einen Sohn. Sie nennt ihn Samuel. Und ihr Sohn wird später einer der bedeutendsten Richter im Alten Testament. Und in dieser Freude singt Hannah ihr Loblied. Mein Herz ist voller Freude über den Herrn. Der Herr hat mich wieder stark gemacht. Kein Fels steht so fest wie unser Gott. Und schon fast übermütig singt sie weiter. Die Satten müssen sich ihr Brot verdienen. Die Hungrigen aber sind den Hunger los. Die Unfruchtbare bringt sieben Kinder zur Welt. Doch das Glück der Kinderreichen schwindet. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder heraus. Der Bogen der Starken wird zerbrochen. Die Schwachen aber bekommen neue Kraft. Hannah hat für ihr Leben ein echtes Wunder erlebt. Und das gibt ihr so viel Mut und Gottvertrauen, dass sie sich jetzt sagt, jetzt ist alles möglich. Das, was sie singt, klingt natürlich fast wie eine Umsturzfantasie. Die Armen kommen zu Wohlstand. Die Reichen müssen plötzlich ihr Einkommen verdienen. Die Starken werden entwaffnet. Und die Schwachen kommen an die Macht. Hannah will natürlich keine Revolution anzetteln. Sie singt aber davon, dass Gott die Welt gerechter machen kann, dass es möglich ist, etwas zu verändern, und zwar zum Besseren. Sie traut es Gott zu, weil sie sagt, jetzt, wo ich selbst ein Wunder erlebt habe, jetzt ist alles möglich. Wir feiern das Wunder von Ostern. Gott besiegt den ewigen Tod. Es geht weiter. Musik ertönt, Glocken läuten. Jetzt ist alles möglich. Hannah steht auf und tanzt und singt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder hinaus. Hanna hat ein Wunder gesehen und traut Gott nun alles zu. Es ist kein Zufall, dass wir ihr Lied heute an Ostern hören. Hannas Botschaft, jetzt ist alles möglich, die sollen wir auch hören. Jetzt ist alles möglich. Es wird gerade überall so viel gejammert und geschimpft. Unser Leben ändert sich im Moment schneller, als es viele ertragen können. Viele krallen sich am alten Fest und bekämpfen reflexartig alles Neue. Denn das, was man kennt, das verspricht Sicherheit. Doch unsere Osterbotschaft ist, jetzt ist alles möglich. Ostern heißt Neuanfang. Ein neuer Weg mit Gott. Vieles ändert sich, das spüren wir. Aber warum meinen wir, dass Veränderung grundsätzlich erstmal etwas Schlechtes ist? Warum vertrauen wir nicht darauf, dass manch neuer Weg auch besser ist als der alte? Hanna singt, es gibt keinen Gott außer dir. Kein Fels steht so fest wie unser Gott. Felsenfest ist ihre Hoffnung, dass Gott auch in Zukunft da ist, stark und mächtig. Und dass er ihr die Kraft gibt, die sie braucht, um mit allem im Leben fertig zu werden. Ist das utopisch? Naiv? Kindlich? Vielleicht. Aber es ist genau die Einstellung, die wir haben sollten. Beim Stammtisch große Reden schwingen und alles schlecht machen oder im Internet stumpfe Parolen posten. Das kann jeder. Ärmel hochkrempeln und los geht's. Packen wir's an. Nicht mit zusammengebissenen Zähnen und grimmiger Miene. Fröhlich, singend, tanzend wie Hanna. Sich engagieren, seine Talente nutzen für andere, für die Welt, für Gott. Hanna singt es und das Osterfest ruft es laut. Jetzt ist alles möglich. Amen. Amen. Amen.